Kapitel 16 Wir bringen ein Zebra nach Vegas Der Kriegsgott wartete auf dem Parkplatz vor dem Imbiss auf uns. Sieh an, sieh an, sagte er. Ihr habt ja überlebt. Du hast gewusst, dass es eine Falle war, sagte ich. Aris grinste fies. Der Krüppelschmied hat sicher nicht schlecht gestaunt, als ihm zwei blöde Kinder ins Netz gegangen sind. Ihr habt euch in der Klotze richtig gut gemacht. Ich schob ihm den Schild hin. Mistkerl. Annabeth und Grover hielten den Atem an. Aris schnappte sich den Schild und ließ ihn durch die Luft wirbeln wie Pizzateig. Der Schild änderte seine Form und verwandelte sich in eine kugelsichere Weste. Aris warf sie sich über seinen Rücken. Seht ihr den LKW da hinten? Er zeigte auf einen Lastwagen mit 18 Reifen, der auf der anderen Straßenseite stand. Mit dem fahrt ihr. Der bringt euch direkt nach L.A. Mit kurzem Halt in Vegas. Der LKW hatte hinten eine Aufschrift, die ich nur lesen konnte, weil sie in Spiegelschrift und weiß auf schwarz dastand. Eine gute Kombination für einen Legastheniker. Tierliebe international. Humaner Tiertransport. Warnung. Lebende, wilde Tiere. Ich sagte, Du machst Witze. Aris schnappte mit den Fingern. Die hintere Klappe des LKW öffnete sich. Gratis war es kein Westenmessgeburt, also hier haben wir nicht rum. Und hier ist ein kleiner Finderlohn für den Schild. Er zog einen blauen Nylon-Rucksack von seinem Lenker und warf ihn mir zu. In dem Rucksack fand ich saubere Kleidung für uns alle, 20 Dollar, einen Beutel voller Drachmen und eine Tüte Schokokekse. Ich sagte, Ich will deine blöden, danke sehr, Herr Aris, fiel Grover mir ins Wort und bedachte mich seinem besten Warnblick. Vielen Dank. Ich knirschte mit den Zähnen. Es war vermutlich eine tödliche Beleidigung, die Gabe eines Gottes zu verschmähen, aber ich wollte nichts, was Aris angefasst hatte. Widerwillig warf ich mir den Rucksack über die Schulter. Ich wusste, dass meine Wut durch die Nähe des Kriegsgottes ausgelöst wurde, aber ich hätte ihm noch immer zu gern eins auf die Nase gegeben. Er erinnert mich an die Quälegeister, die mir über den Weg gelaufen waren. Nancy, Bobofit, Clarisse, Gabe den Stinker, sarkastische Lehrer, an einfach jeden Mistkehl, der mich in der Schule als dumm bezeichnet oder gelacht hatte, wenn ich gefeuert wurde. Ich schaute mich nach dem Imbiss um, in dem jetzt nur noch wenige Gäste saßen. Die Kellnerin, die uns bedient hatte, schaute besorgt aus dem Fenster. Sie schien zu befürchten, dass Aris uns etwas tun könnte. Sie zehrte den Koch aus der Küche, damit er ihn sich ebenfalls ansah. Dann sagte sie etwas zu ihm. Er nickte, hob eine kleine Einmalkamera hoch und machte ein Bild von uns. Klasse, dachte ich. Dann sind wir morgen wieder in der Zeitung. Ich stellte mir die Schlagzeile vor. Zwölfjähriger Raudi schlägt wehrlosen Motorradfahrer zusammen. Du bist mir noch eins schuldig, sagte ich zu Aris und versuchte, meine Stimme ganz ruhig klingen zu lassen. Du wolltest mir etwas über meine Mutter sagen. Sicher, dass du das vertragen kannst? Er trat sein Motorrad an. Sie ist nicht tot. Der Boden unter mir schien zu schwanken. Was soll das heißen? Das heißt, dass sie von dem Minotaurus weggerissen wurde, ehe sie sterben konnte. Sie wurde in den goldenen Regen verwandelt. Das ist eine Metamorphose, kein Tod. Sie wird aufbewahrt. Aufbewahrt? Warum? Du solltest dich mit der Kriegskunst vertraut machen, Missgeburt. Geiseln. Du brauchst Leute, um andere Leute zu kontrollieren. Mich kontrolliert niemand. Ach ja. Bist die Tage, Kleiner. Ich balte die Fäuste. Du bist verdammt selbstgefällig für einen Typen, der vor Cupido-Statuen wegläuft, Herr Aris. Hinter seiner Sonnenbrille glühte das Feuer. Ein heißer Wind fuhr durch meine Haare. Wir sehen uns wieder, Percy Jackson. Und wenn du das nächste Mal in einen Kampf gerätst, dann sieh dich vor. Er wendete seine Haare, dann dröhnte er über die Delancey Street davon. Annabeth sagte, das war nicht gerade clever, Percy. Mir egal. Aber ein Gott zum Feind zu haben, ist nicht lustig. Schon gar nicht, wenn es sich um diesen Gott handelt. Hey, Leute, sagte Grover. Ich unterbreche euch ja nicht gerne, aber... Er zeigt auf den Imbiss. Gerade bezahlten die letzten Gäste, zwei Männer in identisch schwarzen Overalls, mit einer weißen Aufschrift auf den Rücken, die aussah wie die von Tierliebe International. Wenn wir den Zoo-Express nehmen wollen, sagte Grover, dann sollten wir uns beeilen. Mir war gar nicht wohl dabei, aber wir hatten keine andere Wahl. Und von Denver hatte ich nun wirklich genug gesehen. Als erstes bemerkte ich den Gestank. Es roch wie das größte Katzenklo aller Zeiten. Im Wagen war es stockdunkel, bis sich die Kappe von Anaklysmus drehte. Die Schwertschneide zeigte uns in ihrem schwachen Bronzeschein einen überaus traurigen Anblick. In verträgten Metallkäfigen saßen drei der elendsten Zoo-Tiere, die ich jemals gesehen hatte. Ein Zebra, ein Albino-Löwe und ein seltsames Antilopentier, dessen Namen ich nicht wusste. Irgendwer hatte dem Löwen einen Sack voll Rüben hingeworfen, den er offenbar nicht fressen mochte. Sowohl Zebra auch als Antilope hatten einen Styroporbehälter mit Hackfleisch bekommen. Die Mähne des Zebras war mit Kaugummi verklebt, als ob irgendwer sich seine Freizeit damit vertrieben hätte, es auszuspucken. An einem Horn der Antilope war ein blödsinniger, silberner Luftwärter, auf dem »Über die Hügel« stand. Offenbar hatte niemand sich dicht genug an den Löwen herangetraut, um auch ihm irgendeine Gemeinheit anzutun. Aber der arme Kerl lief auf verdreckten Decken in einem viel zu kleinen Käfig hin und her und schnappte in der stickigen Hitze das LKW nach Luft. Fliegen summten um seine rosa Augen herum und durch sein weiches Fell waren seine Rippen zu sehen. »Das soll Tierliebe sein?« schrie Grover. »Humane Tiertransporte?« Er wollte sofort wieder aussteigen, um die LKW-Besatzung mit seiner Rohrflöte zu verprügeln, und ich hatte ihm gerne geholfen, aber in diesem Moment erwachte der Motor brüllend zum Leben, und wir mussten uns setzen, wenn wir nicht hinfallen wollten. Wir druckten uns in der Ecke auf ein paar angeschimmelten Säcken zusammen und versuchten, den Gestank und die Hitze und die Fliegen zu ignorieren. Grover redete mit einem Schwall Ziegengemecke auf die Tiere ein, aber die starrten ihn nur traurig an. Annabeth schlug vor, die Käfige aufzubrechen und die Tiere sofort freizulassen, aber ich war der Meinung, dass das nicht sehr viel helfen würde, solange der LKW nicht anhielt. Außerdem hatte ich das Gefühl, dass wir dem Löwen wesentlich appetitlicher vorkamen als die Rüben. Ich fand einen Krug mit Wasser und füllte die Trinknäpfe der Tiere, dann zog ich mit Hilfe von Anaklysmus das Futter aus den Käfigen, der Löwe bekam das Hackfleisch, das Zebra und die Antilope, die Rüben. Grover beruhigte die Antilope, während Annabeth mit ihrem Messer den Ballon von ihren Hörnern abschnitt. Sie wollte auch das Kaugummi aus der Zebramehne schneiden, aber das war dann doch zu gefährlich, weil der Wagen ziemlich holprig fuhr. Wir warten Grover, den Tieren zu versprechen, dass wir ihnen am Morgen helfen würden. Dann machten wir uns bereit für die Nacht. Grover rollte sich auf seinem Rübensack zusammen, Annabeth öffnete unsere Tüte mit den Schokokixen und knabberte halbherzig daran herum. Ich versuchte mich mit dem Gedanken aufzuheitern, dass wir schon den halben Weg nach Los Angeles geschafft hatten. Den halben Weg zu unserem Ziel. Es war erst der 14. Juni und die Sommersonnenwende war am 21. Wir hatten also noch jede Menge Zeit. Andererseits wusste ich absolut nicht, womit wir als nächstes rechnen mussten. Die Gottheiten spielten offenbar mit mir. Immerhin hatte Hephaestus den Anstand besessen, das ganz offen zu tun. Er hatte Kameras aufgebaut und mich als Unterhaltungsfuzzi vermarktet. Aber auch ohne Kameras hatte ich das Gefühl, dass mein Einsatz beobachtet wurde. Ich war für die Gottheiten eine Quelle der Erheiterung. Hey, sagte Annabeth. Tut mir leid, dass ich im Wasserpack so durchgeknallt bin, Percy. Schon gut. Es war nur... Ihr schauderte noch immer. Spinnen. Wegen der Sache mit Arachne, tippte ich. Sie wurde in eine Spinne verwandelt, weil sie deine Mahn zu einem Wettweben herausgefordert hat, stimmt's? Annabeth nickte. Seither haben Arachnes Kinder sich immer wieder in Athenes Kindern gerecht. Wenn es im Umkreis von einem Kilometer irgendwo eine Spinne gibt, dann findet sie mich bestimmt. Ich hasse diese kleinen Viecher. Jedenfalls bin ich die großen Dank schuldig. Wir sind doch ein Team, fragte ich. Und die Flugnummer hat ja Grover hingelegt. Ich hatte gedacht, er sei eingeschlafen, aber er murmelte aus seiner Ecke. Ich war ganz schön toll, was? Annabeth und ich lachten. Sie brach einen Keks durch und reichte mir die eine Hälfte. Bei der Iris-Message hat Luke wirklich nichts gesagt? Ich kaufte auf meinem Keks herum und dachte über eine passende Antwort nach. Dieses Regenbogentelefonat belastete mich nun schon den ganzen Abend. Luke hat gesagt, dass er dich schon ewig kennt. Er hat auch gesagt, dass Grover diesmal nicht versagen wird. Niemand wird in eine Fichte verwandelt, sagt er. Im trüben Bronzelicht der Schwertschneide war es schwer, die Gesichter der anderen zu erkennen. Grover stieß ein trauriges Meckern aus. Ich hatte dir von Anfang an die Wahrheit sagen müssen. Seine Stimme zitterte. Aber ich dachte, wenn du wüsstest, was ich für ein Versager bin, dann würdest du mich nicht mitnehmen wollen. Du warst der Satyr, der versucht hat, Talia zu retten, die Tochter des Zeus. Er nickte düster. Und die anderen beiden Halbblute, mit denen Talia sich angefreundet hatte, die beiden, die unversehrt im Camp angekommen sind. Ich schaute Annabeth an. Das waren du und Luke, nicht wahr? Sie legte ihre Kekshälfte weg. Wie du selbst gesagt hast, Percy, ein sieben Jahre altes Halbblut wäre allein nicht so weit gekommen. Athene hat mir den Weg zu Leuten gezeigt, die mir helfen könnten. Talia war zwölf, Luke war vierzehn. Beide waren von zu Hause weggelaufen, so wie ich. Sie wollten mich nur zu gern mitnehmen. Sie waren... Umwerfend im Kampf gegen die Ungeheuer. Und das ohne Training. Wir sind von Virginia aus ohne genauen Plan nach Norden gereist und haben zwei Wochen lang Ungeheuer abgewehrt. Und dann hat Grover uns gefunden. Eigentlich sollte ich nur Talia ins Camp bringen, sagte er schniefend. Nur Talia. Das hatte Chiron mir extra eingeschärft. Ich solle nichts machen, was das Rettungsunternehmen aufhalten könnte. Wir wussten, dass Hades es auf sie abgesehen hatte. Aber ich konnte doch Luke und Annabeth nicht im Stich lassen. Ich dachte... Ich dachte, ich könnte alle drei in Sicherheit bringen. Es war meine Schuld, dass die Wohlgesinnten uns eingeholt haben. Ich froh. Ich hatte Angst. Und ich hatte noch mehr Angst, als wir auf dem Rückweg zum Camp waren. Und hab mich einige Male im Weg geirrt, weil ich doch nur ein wenig schneller gewesen wäre. Hör auf, sagte Annabeth. Niemand macht dir einen Vorwurf. Auch Talia hat dir keinen Vorwurf gemacht. Sie hat sich geopfert, um uns zu retten, jammerte Grover. Ich war schuld an ihrem Tod. Und das hat der Rat der behuften Älteren auch gesagt. Weil du die beiden anderen Halbblute nicht zurücklassen wolltest? fragte ich. Das ist nicht fair. Percy hat recht, sagte Annabeth. Wenn du nicht gewesen wärst, dann sässe ich heute nicht hier, Grover. Und Luke wäre auch nicht mehr am Leben. Uns ist es egal, was der Rat sagt. Grover schniefte noch immer. Ich hab eben immer Pech. Ich bin der lahmste Satyr aller Zeiten und ich finde die beiden mächtigsten Halbblute des Jahrhunderts, Talia und Percy. Du bist nicht lahm, erklärte Annabeth. Du hast mehr Mut als irgendein anderer Satyr, der mir je begegnet ist. Wenn mir nur zwei dir es wagen würden, in die Unterwelt zu gehen. Ich wette, Percy ist richtig froh darüber, dass du hier bei uns bist. Sie versetzte mir einen Tritt gegen das Schienbein. Ja, sagte ich. Und das hätte ich auch ohne Tritt getan. Das war kein Zufall, dass du Talia an mich gefunden hast, Grover. Du hast das größte Herz, das je ein Satyr besessen hat. Du bist von Natur aus ein Sucher und deshalb wirst auch du derjenige sein, der Pan findet. Ich hörte ein tiefes, zufriedenes Aufatmen. Ich wartete darauf, dass Grover etwas sagte, aber er atmet immer nur noch schwerer. Als er dann anfing zu schnarchen, ging mir auf, dass er eingeschlafen war. Wie schafft er das nur? fragte ich erstaunt. Ich weiß nicht, sagte Annabeth. Aber da hast du ihm wirklich etwas Nettes gesagt. Das war auch so gemeint. Wir fuhren eine Weile schweigend weiter, wurden auf den Futtersäcken hin und her geschleudert. Das Zebra knabberte an einer Rübe, der Löwe leckte sich die letzten Hackfleisch-Rätzle von den Lippen und schaute mich hoffnungsvoll an. Annabeth rieb die Perlen an ihrem Halsband zwischen den Fingern und schien tiefe, strategische Gedanken zu hegen. Diese Fichtenperle, sagte ich, stammt die aus deinem ersten Jahr? Sie schaute auf. Sie hatte nicht einmal gemerkt, was sie da tat. Ja, sagte sie. Jeden August wählen die Berater das wichtigste Ereignis des Sommers aus und malen es auf die aktuelle Tonperle. Ich habe Thalias Fichte, ein griechisches Ruderboot, das brennt, ein Zentauren im Ballkleid, das war wirklich ein seltsamer Sommer, und der College-Ring stammt von deinem Vater? Das geht dich nichts. Sie unterbrach sich. Ja. Ja, tut er. Das brauchst du mir nicht zu erzählen. Nein, ist schon gut. Sie holte Luft. Mein Dad hat ihn mir in einen Brief geschickt, im vorletzten Sommer. Der Ring war sozusagen seine wichtigste Erinnerung an Athena. Ohne sie hätte er niemals in Harvard seinen Doktor machen können. Das ist eine lange Geschichte. Jedenfalls hat er geschrieben, ich sollte ihn jetzt haben. Er bat um Entschuldigung dafür, dass er sich so mies benommen hatte und er behauptete, mich zu lieben und mich zu vermissen. Und er wollte, dass ich nach Hause komme und bei ihm lebe. Das klingt doch gar nicht schlecht. Nein, aber das Problem war, dass ich ihm geglaubt habe. Ich habe versucht, während des Schuljahres zu Hause zu wohnen, aber meine Stiefmutter hatte sich nicht verändert. Sie wollte ihre Kinder nicht durch das Zusammenleben mit einer Missgeburt gefährden. Ungeheuer griffen an, wir stritten uns, ungeheuer griffen an und wir stritten uns. Ich habe es nicht einmal bis zu den Weihnachtsferien ausgehalten. Ich habe Chiron Bescheid gesagt und bin nach Camp Halfblatt zurückgekehrt. Meinst du, du wirst je wieder versuchen, bei deinem Dad zu leben? Sie mochte mir nicht in die Augen schauen. Ich bitte dich. Ich stehe doch nicht auf Selbstquälerei. Du solltest nicht aufgeben, riet ich ihr. Du solltest ihm einen Brief schreiben oder so. Danke für den guten Rat, sagte sie kühl. Aber mein Vater hat entschieden, mit wem er zusammenleben will. Wir schwiegen abermals. Wenn die Götter kämpfen, sagte ich, werden die Fronten dann so wie in einem Trojanischen Krieg? Athene gegen Poseidon, meine ich. Sie lehnte den Kopf an den Rucksack, den Ares uns gegeben hatte, und schloss die Augen. Ich weiß nicht, wie meine Mom sich verhalten wird. Ich weiß nur, dass ich neben dir kämpfen werde. Warum? Weil du mein Freund bist, Eigenhirn. Weitere blöde Fragen? Darauf fiel mir keine Antwort ein. Glücklicherweise brauchte ich ihr auch keine geben. Annabeth war eingeschlafen. Es fiel mir schwer, ihrem Beispiel zu folgen, da Grover schnarchte und der Albino-Löwe mich hungrig anstarrte. Aber am Ende machte ich doch die Augen zu. Mein Albtraum begann mit etwas, das ich schon eine Millionen Mal geträumt hatte. Ich musste eine Klausur schreiben, während ich eine Zwangsjacke trug. Alle anderen waren schon in der Pause und der Lehrer sagte immer wieder, Na los, Percy, du bist doch nicht blöd. Nimm schon deinen Bleistift. Aber dann änderte sich der Traum. Ich schaute zum Nachbartisch hinüber und da saß ein Mädchen, ebenfalls in einer Zwangsjacke. Sie war in meinem Alter und hatte eine wilde, schwarze Punkfrisur, dunkle Tusche um ihre wütenden, grünen Augen und jede Menge Sommersprossen auf der Nase. Aus irgendeinem Grund wusste ich, wer sie war. Sie war Talia, die Tochter des Zeus. Sie wehrte sich gegen ihre Zwangsjacke, starrte mich in ihrem Frust wütend an und fauchte, Na, Algenhirn? Einer von uns muss hier raus. Da hat sie recht, dachte mein Traum ich. Ich gehe zurück in die Höhle und da werde ich Hades ordentlich die Meinung geigen. Die Zwangsjacke schmolz. Ich fiel durch den Boden des Klassenzimmers. Die Stimme des Lehrers veränderte sich mehr und mehr und wurde schließlich kalt und gemein und heilte aus den Tiefen eines Abgrunds wieder. Percy Jackson, sagte sie. Ja, der Austausch hat geklappt, wie ich sehe. Ich stand wieder in der dunklen Höhle und um mich herum waberten die Geister der Toten. Das unsichtbare Monster in der Grube sprach, aber diesmal war ich nicht gemeint. Die betäubende Kraft seiner Stimme schien sich an jemand anderen zu richten. Und er hat wirklich keinen Verdacht? fragte er. Eine andere Stimme, die mir bekannt vorkam, antwortete dicht hinter mir, Nein, hoher Herr, er weiß ebenso wenig wie die anderen. Ich schaute mich um, aber da war niemand. Der Sprecher war unsichtbar. Trug um Trug. Das Ding in der Grube schien laut zu denken. Hervorragend. In der Tat, hoher Herr, sagte die Stimme neben mir. Ihr werdet nicht umsonst als der Gerissene bezeichnet, aber war das wirklich nötig? Ich hätte euch das sofort bringen können, was ich gestohlen habe. Du? fragte das Ungeheuer verächtlich. Du hast uns doch deine Grenzen schon gezeigt. Du hättest total versagt, wenn ich nicht eingegriffen hätte. Aber hoher her! schweig, kleiner Knecht. Unsere sechs Monate haben uns viel gebracht. Zeus' Zorn ist gewachsen. Poseidon hat seine verzweifelste Karte ausgespielt und jetzt werden wir sie gegen ihn verwenden. Bald wirst du die gewünschte Belohnung erhalten und außerdem deine Rache. So wie beide Gegenstände in meinen Händen liegen. Aber warte, er ist hier. Was? Der unsichtbare Knecht klang plötzlich angespannt. Ihr habt ihn gerufen, hoher Herr. Nein. Die geballte Aufmerksamkeit des Ungeheuers richtete sich auf mich und ich erstarrte. Verflucht sei das Blut seines Vaters. Er ist zu veränderlich, zu unvorhersagbar. Der Junge ist von selbst hergekommen. Unmöglich! rief der Knecht. Für einen Schwächling wie dich vielleicht, fauchte das Monster. Dann wandte es seine kalte Macht wieder mir zu. Also, möchtest du von deinem Auftrag träumen, junges Halbblut? Dein Wunsch will ich dir erfüllen. Der Schauplatz wechselte. Ich stand in einem riesigen Thronsaal mit schwarzen Marmorwänden und Bronzeboden. Der leere, entsetzliche Thron bestand aus Menschenknochen, die miteinander verschmolzen waren. Vor der Throntreppe stand meine Mutter, erstarrt in schimmerndem, goldenen Licht mit ausgebreiteten Armen. Ich wollte auf sie zugehen, aber meine Beine gehorchten mir nicht. Ich streckte die Hände nach ihr aus und sah, dass von ihnen nur noch die Knochen übrig waren. Grinsende Skelette in griechischer Rüstung drängten sich um mich zusammen, hüllten mich in Seidengewände und wandten Lorbeck- um meine Stirn, die von Chimerengift dampften und sich in meine Kopfhaut einbrannten. Die böse Stimme brach in Gelächter aus. Heil dir, siegreicher Held! Ich fuhr hoch. Grover hatte meine Schulter gepackt. Wir haben angehalten, sagte er. Wir glauben, dass sie gleich nach den Tieren sehen werden. Wir stecken, zischte Annabeth. Sie hatte gut Reden. Sie setzte einfach ihre Tarnkappe auf und war verschwunden. Grover und ich mussten uns hinter den Futtersäcken fallen lassen und konnten nur hoffen, dass wir aussahen wie Rüben. Die LKW-Türen wurden quietschend geöffnet. Sonnenlicht und Hitze strömten herein. Mann, sagte einer der LKW-Fahrer und schwenkte die Hand vor seiner hässlichen Nase. Ich wünschte, wir hätten Waschbecken geladen. Er stieg ein und goss Wasser aus einem Eimer in die Näpfe der Tiere. Ist ja schon gut, sagte der Mann. Grover erstarrte neben mir unter den Rübensäcken. Für einen friedliebenden Gemüsefresser sah er verdammt mordlustig aus. Der Mann warf der Antilope eine zerdrückte Happy Meal-Tüte hin. Er feikste das Zebra an. Na, wie sieht's aus, Streifi? Immerhin werden wir dich hier los. Findest du Zauberschuss toll? Die werden dir bestimmt gefallen. Da werden sie dich in Stücke sägen. Das Zebra schaute mir ins Gesicht. Es war außer sich vor Angst. Alles blieb still, aber trotzdem hörte ich genau hin, wie es sagte, Rette mich her, bitte. Ich war auch zu verblüfft, um zu reagieren. Dann wurde dreimal ganz laut an die Seitenwand geklopft. Der Mann, der bei uns im LKW stand, brüllte, Was denn los, Eddie? Eine Stimme draußen, sicher die von Eddie brüllte zurück. Maurice, was hast du gesagt? Wieso klopfst denn so? Draußen schrie Eddie. Ich klopf doch nicht. Unser Freund Maurice vertrete die Augen, stieg aus dem Wagen und verfluchte den blöden Eddie. Eine Sekunde darauf tauchte Annabeth neben mir auf. Offenbar hatte sie geklopft, um Maurice aus dem Wagen zu locken. Sie sagte, dieser Transport kann doch unmöglich legal sein. Sicher nicht, sagte Grover. Er unterbrach sich und schien auf etwas zu lauschen. Der Löwe sagt, diese Typen seien Tierschmuggler. Genau, hörte ich die Stimme des Zebras. Wir müssen sie befreien, sagte Grover. Er und Annabeth sahen mich an. Sie warteten darauf, dass ich die Führung übernahm. Ich hatte das Zebra sprechen hören, den Löwen aber nicht. Vielleicht war das aber auch eine Lernbehinderung, dass ich nur Zebras verstehen konnte. Dann dachte ich, Pferde. Was hatte Annabeth noch darüber gesagt, dass Poseidon die Pferde erschaffen hatte? Und war ein Zebra vielleicht eine Art wert? Konnte ich es deshalb verstehen? Das Zebra sagte, mach meinen Käfig auf her, danach komme ich allein zurecht. Draußen brüllten Eddie und Maurice sich an, aber es war klar, dass sie jeden Moment wieder hereinkommen und die Zebra kam herausgestürmt. Es drehte sich zu mir um und verbeugte sich. Danke, Herr. Grover hob die Hände und sagte etwas in Ziegensprache. Es klang wie ein Segen. Als Maurice wieder hereinschaute, um festzustellen, woher der Lärm kam, sprang das Zebra über ihn hinweg und jagte über die Straße davon. Wir hörten Geschrei und Gebrüll und das Hupen von Autos. Wir stürzten zur Wagentür und konnten gerade noch sehen, wie das Zebra über einen breiten Boulevard voller Hotels, Casinos und Neonschildern davonstürmte. Wir hatten soeben in Las Vegas ein Zebra freigelassen. Maurice und Eddie rannten hinterher, gefolgt von ein paar Polizisten, die riefen, hey, dafür brauchen sie aber amtliche Erlaubnis. Jetzt wäre ein guter Moment zum Aufbruch, sagte Annabeth. Er Ende und sprach noch einmal den Segen, den er dem Zebra mit auf den Weg gegeben hatte. Viel Glück, sagte ich. Antilope und Löwe sprangen aus ihren Käfigen und verschwanden zusammen auf der Straße. Einige Touristen schrien auf, die meisten traten einfach einen Schritt zurück und machten Fotos, sie hielten das alles vermutlich für einen Werbegag eines Casinos. Werden die Tiere das denn schaffen? fragte ich Grover. Ich meine, die Wüste und überhaupt. Mach dir keine Sorgen, sagte er. Ich habe sie unter den Saathüren Schutz gestellt. Was bedeutet? Was bedeutet, dass sie unversehrt die Wildnis erreichen werden? Sagt er. Dass sie Wasser, Futter, Schatten haben, alles, was sie brauchen, bis sie einen sicheren Ort zum Leben gefunden haben. Warum kannst du uns nicht auch auf diese Weise segnen? fragte ich. Das klappt nur bei wilden Tieren. Also hätte nur Percy etwas davon, überlegte Annabeth. Hey, protestierte ich. Sollte ein Witz sein, sagte sie. Also los, raus aus dieser verdreckten Karre. Wir stolperten hinaus in den Wüsten Nachmittag. Es waren mindestens 40 Grad. Wir kamen vorbei am Monte Carlo und am MGM. Wir kamen vorbei an Pyramiden, einem Seeräuberschiff und der Freiheitsstatue, die eine ziemlich kleine Kopie war, bei deren Anblick ich aber trotzdem Heimweh bekam. Ich wusste nicht so recht, was wir hier suchten. Vielleicht einfach eine Möglichkeit für ein paar Minuten der Hitze zu entkommen, ein Sandwich zu essen und ein Glas Limo zu trinken und uns zu überlegen, wie wir nun weiterreisen sollten. Wir waren aber offenbar falsch abgebogen, denn wir landeten in einer Sackgasse von dem Umtür und standen offen und diesen klimatisierte Luft nach draußen strömen, die nach Blumenroch, vielleicht nach Lotusblüten. Ich hatte noch nie an einer gerochen, deshalb wusste ich das nicht so recht. Der Tiersteher lächelte uns an. Hey Kids, ihr seht müde aus, wollt ihr euch einen Moment setzen? In der vergangenen Woche hatte ich gelernt, misstrauisch zu sein. Schließlich konnte ja jeder ein Ungeheuer oder ein Gott sein. Man wusste es nicht. Aber dieser Typ war normal, das sah ich auf den ersten Blick. Außerdem war es so eine Erleichterung, dass jemand mitfühlend klang, also nickte ich und sagte, dass wir schrecklich gerne hereinkommen würden. Drinnen sahen wir uns um und Grover sagte Boah. Das Hotel Foyer war ein riesiger einziger Saal voller Spiele. Und ich rede hier nicht von langweiligen alten Pac-Man Spielen oder Spieleautomaten. Es gab eine Wasserrutschbahn, die sich um den gläsernen Fahrstuhl wand, der mindestens 40 Stockwerke hoch fuhr. Auf der einen Seite war eine Kletterwand und eine Bungee Anlage angebracht. Es gab Virtual Reality Anzüge mit funktionierenden Lasergewehren und hunderte von Videospielen, jedes von der Größe eines sah ich Warteschlangen. Überall gab es Kellnerinnen und Imbissstände, wo alles serviert wurde, was man sich überhaupt nur vorstellen konnte. Hey, sagte plötzlich ein Hotelpage. Dafür hielt ich ihn zumindest. Er trug ein weites, gelbes Hawaii-Hemd mit Lotusblütenmuster, Shorts und Flipflops. Willkommen im Lotus-Casino. Hier ist euer Zimmerschlüssel. Ich stotterte, ähm, aber, nein, nein, sagte er lachend. Die Rechnung ist bezahlt, keine zusätzlichen Gebühren, kein Trinkgeld. Fahrt einfach nach ganz oben, Zimmer 4001. Wenn ihr etwas braucht, extra Blasen für den Whirlpool oder Munition für das Schießgelände oder was auch immer, dann meldet euch einfach an der Rezeption. Hier sind eure Lotus-Cash-Cards. Diese gelten in den Restaurants und bei allen Spielen und Geräten. Er reichte uns und wie viel ist da drauf? Er runzelte die Stirn. Was meinst du? Ich meine, wann ist die leer? Er lachte. Achso, das sollte ein Witz sein. Klasse. Amisiert euch. Wir fuhren mit dem Fahrstuhl nach oben und sahen uns die Zimmer an. Es war eine Suite mit drei Schlafzimmern und eine Bar voller Süßigkeiten, Getränke und Chips, Haustelefon für den Zimmerservice, weiche Handtücher und Wasserbetten mit Daunenkissen, ein Großbildfernseher mit Satellitenempfang und Highspeed Internet. Auf dem Balkon gab es ein Whirlpool und außerdem eine Tontaubenanlage und ein Gewehr, das man Tontauben über Vegas fliegen lassen und sie dann abknallen konnte. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es erlaubt war, aber ich fand es ziemlich cool. Der Blick über den Sunsetstrip der Wüste war umwerfend, auch wenn ich nicht glaubte, dass wir viel Zeit haben würden, den Blick zu genießen. Meine Güte, sagte Annabeth, das ist doch super, sagte Grover, einfach super. Im Schrank lagen Kleider und sie passten mir. Ich runzelte die Stirn. Das war dann doch ein wenig seltsam. Ich warf Ares Rucksack in den Mülleimer. Den würde ich nicht mehr brauchen, wenn wir aufbrachen, konnte ich mir einfach im Hotelladen einen neuen holen. Ich duschte, was nach einer Woche Reisedreck ein wunderbares Gefühl war. Ich zog frische Kleidung an, aß eine Tüte Chips, trank drei Cokes und fühlte mich wohler als seit langer Zeit. Aber irgendwo in meinem Hinterkopf setzte mir ein kleines Problem zu. Ich hatte etwas geträumt. Ich musste mit meinen Freunden sprechen. Aber das hatte sicher noch Zeit. Ich verließ mein Schlafzimmer und stellte fest, dass auch Annabeth und Grover geduscht und sich umgezogen hatten. Grover stoppte sich mit Kartoffelchips voll und Annabeth schaute sich im Fernsehen eine Sendung auf National Geographic an. Wir haben Unmengen von Sendern, sagte ich zu ihr. Und du suchst dir National Geographic aus? Spinnst du eigentlich? Das ist interessant. Mir geht's gut, sagte Grover. Hier ist es wunderbar. Er merkte gar nicht, dass die Flügel aus seinen Schuhen schossen, ihn 30 Zentimeter hoch hoben und wieder absetzten. Und was jetzt? fragte Annabeth. Schlafen? Grover und ich wechselten einen Blick und grinsten. Wir hielten unsere grünen Plastikkarten hoch. Jetzt wird gespielt, sagte ich. Ich wusste nicht, wann ich zuletzt so viel Spaß gehabt hatte. Ich kam aus einer ziemlich armen Familie. Wir hatten schon das Gefühl, über die Stränge zu schlagen, wenn wir bei Burger King aßen und uns ein Video liehen. Aber 5-Sterne-Hotel in Las Vegas? Das wäre nie drin gewesen. Ich machte eine Rezeption 5 oder 6 Bungee-Sprünge, rutschte auf der Wasserrutschbahn, war mit dem Snowboard auf der künstlichen Skipiste unterwegs und spielte Virtual Reality Laserschütze und FBI-Scharfschütze. Ab und zu sah ich Grover. Er lief von einem Spiel zum anderen. Ihm gefiel diese umgekehrte Jägerei, wo das Wild loszieht und die Jäger abknallt. Ich sah Annabeth bei einem Quiz und anderen Hirni spielen. Es gab so ein riesiges 3D-Spiel, wo man eine eigene Stadt bauen konnte und auf dem Display auch wirklich sah, wie die Häuser als Hologramme entstanden. Ich fand es doof, aber Annabeth war hin und weg. Ich weiß nicht so recht, wenn mir das hielt ihn für den Sohn eines Elvis-Doppelgängers. Er trug eine unten ganz weite Hose und ein rotes T-Shirt mit schwarzen Nähten und er hatte voll geschmierte Dauerwellen wie ein Mädchen aus New Jersey beim Schulball. Wir spielten zusammen eine Runde Scharfschützen und er sagte Dufte, Mann, bin seit zwei Wochen hier und die Spiele werden immer besser und besser. Dufte? Als wir uns weiter unterhielten sagte ich was von krass und er schaute mich irgendwie verwirrt an, als ob er diesen Ausdruck noch nie gehört hätte. Er stellte sich als Darren vor, aber als ich dann anfing ihm Fragen zu stellen, fand er das langweilig und wollte zum Computer zurück. Ich sagte Du Darren? Was? Welches Jahr haben wir? Er runzelte die Stirn. Im Spiel? Nein, sagte ich und bekam ein wenig Angst. In echt. Hey Mann, nerv nicht. Ich hab ja ein Spiel am Laufen. Und danach war ich Luft für ihn. Ich fing an mit anderen Leuten zu reden, aber das war nicht leicht. Sie klebten an ihren Bildschirmen und an den Videospielen, an ihrem Essen oder woran auch immer. Ich fand einen Typen, der behauptete, es sei 1985. Für nur ein paar Tage, höchstens ein paar Wochen. Sie wussten es nicht genau und es war ihnen auch egal. Dann kam mir ein Gedanke. Wie lange war ich wohl schon hier? Es kam mir vor wie ein paar Stunden, aber stimmte das? Ich versuchte mich daran zu erinnern, warum wir hier waren. Eigentlich waren wir unterwegs nach Los Angeles. Dort sollten wir den Eingang zur Unterwelt Ich musste sie finden und ich musste hart es daran hin an den dritten Weltkrieg loszutreten. Ich fand Annabeth, die noch immer ihre Stadt baute. Komm jetzt, sagte ich zu ihr. Wir müssen hier weg. Keine Reaktion. Ich schüttelte sie. Annabeth! Sie schaute genervt hoch. Was? Wir müssen los. Los? Was redest du denn da? Ich habe gerade die Türme... Das hier ist was? Hör zu. Die Unterwelt. Unsere Aufgabe. Ach, hör doch auf, Percy. Nur noch ein paar Minuten. Annabeth, hier sind Leute von 1977. Kinder, die nicht gealtert sind. Wenn du erst einmal hier reingeraten bist, dann bleibst du für immer hier. Na und? fragte sie. Kannst du dir einen besseren Aufenthaltsort vorstellen? Ich packte ihre Handgelenke und zehrte sie von ihrem Spiel fort. Hey! Sie schrie und schlug nach mir, aber niemand achtete auf uns. Sie waren beschäftigt. Ich zwang sie mir in die Augen zu schauen. Ich sagte Spinnen. Große, behaarte Spinnen. Das rüttelte sie auf. Ihre Augen wurden klarer. Himmel! sagte sie. Wie lange sind wir? Ich weiß nicht, aber wir müssen Grover finden. Wir machten uns auf die Suche und fanden ihn in der Jägerjagd vertieft. Grover! brüllten wir beide. Er sagte Stirb Mensch! Stirb du blödes Umweltschwein! Grover! Er richtete sein Plastikgewehr auf mich und drückte ab, als ich einfach nur irgendeine Figur auf seinem Bildschirm. Ich sah Annabeth an und dann packten wir Grover an den Arm und zogen ihn mit uns. Seine fliegenden Schuhe erwachten Der Page kam angerannt. Na, seid ihr reif für die Platinkarten? Wir gehen, sagte ich. Wie schade, sagte er, und ich hatte das Gefühl, dass er das wirklich so meinte, dass es ihm das Herz brechen würde, wenn wir jetzt gehen. Wir haben eben ein neues Stockwerk voller Spiele für die Inhaber von Platinkarten eröffnet. Er hielt uns die Karten hin und ich wollte eine haben. Ich wusste, wenn ich eine nehme, würde ich diesen Ort nie verlassen. Ich würde hier bleiben, auf ewig glücklich, auf ewig mit Spielen beschäftigt. Und bald würde ich meine Mom und meine Aufgabe und vielleicht sogar meinen Namen vergessen. Ich würde bis in alle Ewigkeit mit dem duften Disco Darien virtuelles Schießen veranstalten. Grover streckte die Hand nach der Karte aus, aber Annabeth riss seinen Arm zurück und sagte Nein, danke. Während wir auf die Tür zu gingen, schien der Duft das Essen und die Geräusche der Spiele immer einladender zu werden. Ich dachte in unser Zimmer oben, wir könnten einfach über Nacht bleiben, dieses eine Mal in einem echten Bett schlafen. Dann liefen wir aus dem Lotus Casino und den Bürgersteig entlang. Ich hatte das Gefühl, dass es der Nachmittag des Tages war, an dem wir das Casino betreten hatten, aber das konnte nicht sein. Das Wetter war komplett umgeschlagen. Es war stürmisch und draußen über der Wüste zuckten Blitze. Ich hatte noch immer Ares Rucksack über der Schulter hängen. Seltsam. Dabei war ich mir sicher, dass ich ihn im Zimmer 4001 in den Mülleimer geworfen hatte. Aber im Moment hatte ich wirklich andere Probleme. Ich rannte zum nächsten Zeitungskiosk und suchte erst die Jahreszahl. Den Göttern sehr danke, dachte ich. Es war immer noch dasselbe Jahr. Dann sah ich das Datum. 20. Juni. Wir hatten fünf Tage im Lotus Casino verbracht. Uns blieb nur noch ein Tag bis zur Sommersonnenwende. Einen Tag, um unseren Auftrag auszuführen.